Ich habe noch einen ziemlich coolen Trick für euch auf Lager und zwar jetzt zum Thema Feuer machen. Ich sehe mal ganz viele Leute, die irgendwie hingehen mit dem Feuerstein, die hier überall rumschlagen, das Zeug fliegt überall rum. Die bekommen die Hitze nicht richtig ans Material. Hier haben wir ein kleiner Trick dazu. Ich sehe mal Leute, die beim Feuer schlagen das Schacklo richtig schön an die Funken dran legen, dagegen schlagen, um so den Funken direkt aufs Material drauf zu bringen. Was spricht dagegen? Dasselbe mit dem Feuerstarter zu machen. Vielen Dank.